gut eine lange nacht macht durch damit ich morgen früh ins bett kommen aber ich bin heute morgen noch mal ins bett gegangen und da kam meine frau nach hause weil es nicht gut ging dann haben wir uns noch mal hingelegt habe ich bis 14 uhr geschlafen und ich jetzt nachher kein auge zu also mache ich jetzt durch damit ich morgen abend um 10 11 dann ins bett kann ja was hat man da schon wieder geschickt kann nix gutes sein eigentlich du guckst nicht an leon deine jugend ist versaut dadurch sagst du ja du wirst nicht wieder glücklich du bist schwul ich sag's dir jetzt hast du willst diese diese freuen von denen alle reden nicht mehr kennen ganz unten wie es zu erwarten war ich sehe ihn hier gelangt eine bombe wir sind auch im serverraum ach ja 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 da besser beruhen besser besser ich habe gar nichts zugemacht hier ich habe gar nichts zugemacht hier ich bin jetzt schon am dritten oder was ich bin jetzt schon am dritten oder was ich bin ich bin hat meine zone zu kann durch autofenster schießen er war gerade durch ist gerade hinterm laster ich weiß da kommt nix blöde aber ganz hinten links pick mal eine drohne hier ist doch chill da ist ne ne der ist gerade einmal kurz in der rash gekommen schön hier ist eine kapkanfalle links linke seite ist da auch eine wand hat es zugemacht nein ist nicht zu bei den gettern, bei den gettern liegt einer im raum ist keiner und das fenster ist eine castle wall ja das heißt ich decke mal nach rechts ja ah äh frost liegt bei B war das dann Treppe? lol er gibt mir ins den Kopfschuss oder was? frost kommt vor kapkan Treppe du hast ihn ja auch nicht getroffen du wusstest aber dass er da war ja ich habe auch direkt geschossen ja ja links treppe steht kapkan da ja 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 warte mal an sie ich mach mal hier die bloß ja rechts 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 ganz frei rechts 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 einfach durch kann mir einer die bombe geben gib mir immer die bombe bitte links so liegt das ding scheiße fuck äh ich denke da ist clear links oh mein nicht einer der sagt nein wo ist die einer ist noch Richtung Treppe ja die guckt in den raum rein das b kann sie nicht gucken kann nur ein bisschen ja lasse doch für dich auf b du wolltest doch noch auf b oder dann leg die hier in die Tür rechts nein da er liegt immer noch beim mittelgang denn monForce Sekunden ich weiß nicht ich weiß nicht aber ich weiß nicht wir müssen mal löschung wieder her 15 Sekunden remaining 10 Sekunden 10 Sekunden für den den die 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 Was ist der Spassi denn? Da liegt der da? Ne, das war der Tote Wir hätten das ja zugemacht brauchen Ne Arrasche kommt einer Einer ist grad da oben Warum sprengt man da aus? Sack Blackbird alter Kann man mich hier treffen? Oh Durchgelaufen ist nach B rein B drin Bleibt da drin Jesse, ich hab ne Kamera hier Ich seh das, wenn der kommt Er kommt jetzt, er sneakt vor Ich nicht, nicht gucken Bleib drin Jetzt, er kommt, er kommt, er kommt Jetzt ist er drin im Raum Am Fenster Ist jetzt im Tresorraum 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 Die retten einmal die Runde Mieto, die kommt gleich rechts Es müsste so rechts unten sein Wie das kein Headshot trocken? Wie das kein Headshot trocken? Wie das kein Headshot trocken? Hätte ich einfach gewacht Ah, bin geschossen leider Hä? Es kommt von links Alter, haben sie was gemacht? Von oben Von oben Von oben ist Bandit Warte ich Warte ich war ganz sicher noch draußen Der hat, der hat auch Vito gesehen Wie er vorbeigegangen ist Der hat das Alter Alter Typ, ey Kann ich bangen? Nee Natürlich keine Cam mehr, ne? 20 Sekunden Warte auf das Loch Feil dich Feil dich Feil dich Loch Keinen Schuss Der wäre auch down gewesen So, rechts war noch einer Nein Du drei Die hat gut Die hat gut Was? Er hat ja eine Cure bei uns Fisch Feil Total Drei 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 Total Total Drei Stücke Gute Anlage Ja, wir kamen genau richtig Da kommt, da kommt Ash Der Jesse Hat irgendjemand Garage? Nope Oh Garage ganz, ganz vorne schon Ich hab ne Kamera, ich kann dir sagen, wenn er kommt, er kommt jetzt langsam um die Ecke Ja, sag Gott Ja, sag Gott Ja, sag Gott Ja, sag Gott Ja, der bewegt sich, da kommt langsam vor Hör man, bleibt da, bleibt da Dacht ihr, wenn er vorguckt Jetzt, jetzt, jetzt Da ist natürlicher Kurve Ich würde gespottet Äh, peek vor Vorsicht Hat n' Hit Das ist n' Hit Ich hab ein Schild gebückt gemacht, der Butter-Zucker. Nein! Das ist es. Garage noch einer, ey. Zwei noch Garage. Zwei Garage noch. Warte. Ist er noch? Ist er noch? Stopp, 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 sorry. Der hat nicht geklaut. Wir hatten ja die Kamera gefunden. Letzte. Letzte war Garage, oder nicht? Ja, ich. Ey, wieso ist die eine Kamera down? In der Garage, die haben die gefunden. Ja, aber wieso ist die bei Vito down? Weil die Granate kam. Ach so, okay. Ey, die ist schon vor dem Fenster, vor dem Fenster ist die schon. Welches Fenster? Ja, da drin, da drin. Das ist gleich im Raum. Durchspringen hier durch geworden. Ist mit Castle zugemacht, ne, der Raum? Ja. Ja. Ist die im Raum selbst drin? Ne, der hat nicht geklaut. Boah, ja, die aufgehend. Der ist krass. Ey, wo warst denn du? Bei mir war die noch gar nicht weit genug. Ach, hier ist offen, okay. Bei mir sah das so aus, die schießt durch die Wand. Alter, das muss ich aufnehmen kurz, ne? Bei mir sah das halt so aus, als ob die erstmal durch die Wand den Kick gibt. Das geht nicht irgendwie komisch, man. Gibt nicht kaputt. Wer liegt denn, ne? Wo denn? Da war er. 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 Einer muss hier gleich große Treppe kommen. Wer nicht hinter euch die Treppe, wer nicht hinter euch die Treppe. Oder Wendeltreppe, vorne. Oh, lol. Mal riecht dich mal raus. Oh, Spaß. Da war er genau. Willst du ja. Was macht er da? Eigentlich war der hier recht in der Ecke. Oh. Na ja, er war eigentlich auch Feuer, aber ist... Ich bin kleiner da, aber... Da, da, da. Brauchst du zu, Leon? Ja. Ja gut. Da ist zu, da ist zu, da ist zu, das ist gut. Wir kommen überall nicht durch. Dann brauchen wir hier noch ein Ende. Hast du noch? Soll ich was durchgehen jetzt versuchen, oder? Was willst du jetzt versuchen? Was willst du? Klar. Wir müssen diesen Alpo-Demaster holen. Das ist irgendwie besser. Der Strom. Wir können hier durchkommen, ey. Das ist direkt wieder aus. Okay, hier hinten ist uns keiner. Wart um. Wir sind da aber voll verständlich scheiße. Der Jesse, da wurde auch angesagt, dass die da sind. Versuch dich irgendwie zu saven. Wart mal. Etwa. Irgend hinter so einem Regal. Es wird schwer, mich zu treffen. Blackbeard ist auf jeden Fall vor dem Haufen. Warte. Warum trifft das nicht? Juhu. Der will mich burnen, der Motherfucker. Ich habe keine Ammon mehr für meine Steenbüste. Im Kessel. Wie lange das Ding brennt, Mann? Harrogade is ready! Ich geh mal in die Kamera. Meiner hat in der Garage bei dem Fenster ein Loch reingekloppt. Genau, wo der ist. Brune kommt jetzt rein gefahren. Wo? Hier, Slash ist da. Wo? Im Eingang. Okay, mach. Blackbeard ist immer noch an dem Window hier. Mit Captain dazu. Slash ist jetzt wieder, kommt wieder rein. Er ist wieder drin. Er ist wieder drin. Beide drin. Jawoll. Einer kommt noch. Noch einer kommt. Noch einer kommt. Geht er wieder zurück. Jetzt kommt er. Er kommt. Er piekt jetzt vor. Oh, hier ist Dings drin. Schieß mal durch die Wände. Oh, nice. Jetzt. Er kommt vor. Er kommt vor. Halt einfach da drauf. Also aim einfach da drauf. Jetzt kommt er. Er guckt gleich. Jetzt. Letzter bei mir dann. Noch einer. Er kommt jetzt. Jawoll. Letzter bei mir. Ich hab das Schild kaputt geschossen. Leise, Leise. Kapitano ist noch da. Ich glaub da. Oder da. Glaub ich. Kannst ja voll. Leon ist da oben. Okay. Ich bin in der Kamera drin auf jeden Fall. Können wir genaue Ortungen sagen? Nee, ne? Da können die nicht hinkommen, oder Vito? Wo ich markiert hab, direkt links von dir? Bin ich gerade. Nee, da bin ich. Okay, okay. Das ist aber auch von hier aus. Er ist oben, glaub ich. Ja. Ja. Oben ist er. Oben. Er kann uns da nix. Auf leeren Etage. Bei dir. Dann. Ja, auf drei. Ich wollte gleich mal. Ich wollte nur in den Kameras. Juhu. Der hat zwar oben aufgespringt, aber. Easy. Er hat die Kamera nicht gefunden, der Idiot. Der doof, alter. Er hat die gesucht wie ein blöder, ey. Welche denn? Die normale Kamera, oder die? Nein, meine. Die ich geworfen hab. Ja, die sind aber auch so scheiße klein. Er hat sie so gesucht. Er ist die ganze Zeit da rumgelaufen und hat die Wände gegengeschlagen. Damit sie irgendwo... Er ist ge-enraged. Er ist ge-enraged. Oh nein. Ausgerechnet jetzt. Ist ja auch gar nicht spannend, das Match. Ne, überhaupt nicht. Leon, auf deiner Seite sind zwei. Blackbeard ist jetzt ganz vorne. Jawoll. Blackbeard ist dort. Äh, genau. Zwei an der Mülltonne. Habe ich einen? Einer noch an der Mülltonne, ja. Ja. Äh, Alemann, du könntest jetzt, wenn du durch die Wand sprayst, könntest du ihn treffen. Oder so. Ich bin tot. Einer ist bei mir. Von oben. Von oben. Von oben. Bei mir. Scheiße. Äh, der ist das Aufzug drin, Aufzug drin. Ja, wer ist? Gitter, Gitter, Gitter. Gitter. Scheiße. Nein, Alter. Der ist ganz hinten schon im Raum, das Termite. Ich wurde da, ich wurde. Wurde du in den Camps hauen? B- Bisseen halt, ja. Bitter? Wurde du in den Camps gekillt? Gitt mal divine. ja wir sind schon drin und wo wurdest du gekillt von oben ich bin ich bin komplett runter gefallen ich hätte eigentlich oben auf dem geländer sein müssen ja aber wo war der der ist rechts irgendwo oben was äh ne der kann mich ne der ist unten der ist nicht oben der ist unten wenn man die treppe runter kommt direkt der raum wenn wir seine Drohne sind Leon ja der ist hier der hemmt dich ab hier ist noch einer sehr gut ich fahr mit der Drohne wieder ein bisschen warte heißt meine Drohne ist da kann ich nicht komm jetzt lass Welle machen eine Minute 10 für uns oder so da bist du das warte jetzt hier nochmal 50 Sekunden ich bin in der Kamera ne achso soll ich aufmachen ja warte 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 35 Sekunden liegt gemattet runter und Frost liegt drin ok ich mach auf zwei Maßen auf und jetzt für eine Wattung geil 2 1 ich verletzt ich hab die Tür hier noch neun Schuss drin 10 Sekunden remaining 10 Sekunden remaining und laden ab wieder oder nicht muss ich reload 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 schön sehr gut alter junger hast du gut Frost geholt stark toll einfach mal Regel Nummer 1 auf jedes Loch schießen ja ist halt echt so in dem Spiel jetzt kommt was Garage ich bin in der Cam drin da ist der und stark gemacht Drohne kommt äh Bulls Drohne hier diese Elektro Drohne jetzt kommt er rein Treppe auch Achtung Treppe ist was oben hat grad einmal gepickt kann der runterkommen zu mir die Treppe was ne ne ich hab hier meine Treppe noch ok bei dir ist immer noch einer ok bei mir ja bei dir C-Rap ne ich höre ich höre ich höre ich höre gut 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 easy life easy life war da schon wieder greedy für den Kill wollt rüberkommen ne ja der näher oder wie ich wollt grad Gas in mich schmeißen sonst überlebt das wird ja ewig ja ich hab fast nur Kamera gespielt jetzt gerade ja das stimmt, war richtig ja 4 gegen 5 win, easy ja Yo, ich hoffe es hat euch gefallen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal haut da rein